Noch vor dem offiziellen Ausbildungsstart haben die Stuttgarter Bäder ihre neuen Azubis zu einem Kick-Off-Event geladen. Ausbilderin Kerstin Fuchs verrät, warum. Jeder kann sich vielleicht noch erinnern, als er selber in die Ausbildung gegangen ist, die Aufregung, was wird da wohl auf mich zukommen, was sind das für Leute. Und wir möchten einmal den Auszubildenden selber, aber auch ihren Angehörigen die Möglichkeit geben, so einen Badebetrieb mal zu sehen und zwar auch hinter den Kulissen. Und eben schon erste Kontakte zu knüpfen mit denjenigen, mit denen sie im Grunde genommen die nächsten zwei, drei Jahre verbringen werden. Das erste Kennenlernen findet traditionell im Freibad Rosenthal in Feingen statt. Nach der Vorstellungsrunde wurden Ausbildungsinformationen und die Dienstkleidung ausgehändigt. Oft ist der Gedanke Bademeister am Beckenrand stehen, Kaffeetasse, das Leben genießen. Was macht man denn damit? Dass da die komplette Wasseraufbereitung mit Physik, Chemie dazugehört, der Umgang mit diesen Reparaturen, Wartung und so weiter, Vertragsrecht dazugehört. Wer kommt eigentlich hier rein? Wie gehen wir mit den Leuten um? Was für Reinigungsmittel haben wir? Wann wenden wir die an und wann nicht? Auch der Umgang jung, alt, von der Schwangeren bis hin ins Seniorenalter. Wir begleiten alle. Und vor allen Dingen, das ist Nebenwerk. Wir sind da, wenn andere unsere Hilfe brauchen. Den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe gibt es seit 1971. Doch nicht erst seit der Pandemie fällt es den Bäderbetrieben schwer, Nachwuchskräfte zu finden. Auch in diesem Jahr konnten nur sechs von acht Ausbildungsplätzen besetzt werden. Also wer Interesse hat, wer sich jetzt angesprochen fühlt, also zwei würden wir auf alle Fälle noch nehmen für den Fachangestellten für Bäderbetriebe. Und wenn sich zwei weitere derart von uns, also uns überzeugen, die nehmen wir auch mit. Doch was ist den Stuttgarter Bädern bei der Ausbildung besonders wichtig? Jeder hat seine Stärken und es ist auch schön, wenn man die Stärken fördern kann. Noch viel interessanter finde ich es aber tatsächlich zu sehen, was aus Schwächen, wie gut aus Schwächen was werden kann, damit einfach da die beste Unterstützung möglich ist und jeder das Beste aus sich rausholen kann. Auch Maxim Butic beginnt schon bald seine Ausbildung und ist bereits voller Vorfreude. Tatsächlich freue ich mich am meisten auf das Schwimmtraining. Ich habe Bock auf das Schwimmtraining. Natürlich ist es auch ein Beruf, wo man viel Verantwortung braucht. Also ich wollte immer einen Beruf ergreifen, der viel mit Verantwortung zu tun hat. Und ja, das sind so die Dinge. Verantwortung auf alle Fälle und ja. Egal ob Lebensretter oder Sauberkeitsprofi, der Beruf des Bäderfachangestellten bietet viel mehr als nur mit der Pfeife am Beckenrand zu stehen.